Servus und herzlich willkommen zu den Games-Welt-Nachrichten. Ich bin wie immer der Pimin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist ja schon wieder fast vorbei die Woche. Morgen ist Feiertag, den einen Freitag da, den kriegen wir auch noch hin. Und kommen wir lieber zu den Themen von heute, da gibt's nämlich ein Thema, haltet euch fest. Steam kommt vielleicht schon bald auf die Konsolen. Ubisoft will mehr Free-to-Play-Spiele entwickeln. Das neue Spiel Stargate-Timekeepers wurde angekündigt und Skull & Bones wurde erneut verschoben. Was für ein Wunder. Nicht. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und drückt auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Wer auf der Xbox oder Playstation ein Spiel kaufen will, der geht zu seinem Retail-Händler des Vertrauens oder greift auf den entsprechenden Online-Store zurück. Das hat für viele Entwickler den Vorteil, dass sie Spiele aufgrund der fehlenden Konkurrenz länger teuer verkaufen können. Doch was ist, wenn bald die Rabatt-Plattform schlechthin auf die Konsolen kommt? Die Rede ist natürlich von Steam. Valve's Plattform hat auf dem PC quasi eh schon die Vormachtstellung inne und will die jetzt noch in diesem Jahr eventuell auf die Konsolen ausweiten. Der CEO Game Newell antwortete während eines Interviews auf die Frage, ob Steam auch auf die Konsolen kommt, mit Davon werdet ihr bis zum Ende des Jahres ein besseres Verständnis haben. Ab hier starten natürlich wilde Gerüchte und Spekulationen. Wir werden das für euch auf jeden Fall verfolgen. Nach Electronic Arts und dem Anthem-Flop will auch Ubisoft seine Strategie überdenken. In Zukunft will sich das Unternehmen weniger auf seine AAA-Titel verlassen, sondern vielmehr mit Free-to-Play-Spielen planen. Das geht zumindest aus einer Telefonkonferenz hervor, in dem der CFO Frederic Duget sagte, wir denken, dass es jetzt an der Zeit ist, mit qualitativ hochwertigen Free-to-Play-Spielen zu all unseren größten Franchises auf alle Plattformen zu kommen. Die Aussage deckt sich insofern auch mit den angekündigten Free-to-Play und Mobile-Ableger für The Division. Sind wir mal gespannt, was uns da für Spiele erwarten? Mit Brawlhalla, Hyperscape und Roller Champions hat der Publisher ja schon seine ersten Erfahrungen gemacht. 27 Jahre ist es her, dass der Stargate-Film über die Leinwand gelaufen ist. Nicht ganz so lange her ist die darauf aufbauende und abgeschlossene Fernsehserie Stargate-Kommando SG-1. Aber auch da ist mit der Story noch nicht Schluss. Daran anknüpfend soll jetzt ein Computerspiel kommen. Mit einem kurzen, einminütigen Teaser-Trailer wurde jetzt das Echtzeit-Strategiespiel Stargate-Timekeepers von den Schöpfern Phantom Doctrine und Hard West angekündigt. Inhaltlich soll die Handlung dann während der Schlacht über Antarktika beginnen und darauf aufbauen. Der Titel wird nach aktuellen Infos nur für den PC erscheinen. Wann ist derzeit noch nicht bekannt? Aktuell werden einige Spiele aufgrund von Corona verschoben. Allerdings, und das muss man leider auch sagen, gab es auch davor schon ein paar Spiele, die mit so ein paar Problemen zu kämpfen hatten und des Öfteren verschoben wurden. Ein Kandidat auf dieser Liste ist definitiv Skull & Bones von Ubisoft. Ursprünglich auf der E3 2017 angekündigt, sollte das Piratenabenteuer 2018 erscheinen. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2021. Das Spiel hatte einige Überarbeitungen hinter sich und wir warten trotzdem noch. Das wird auch noch ein wenig so bleiben, denn wie Ubisoft jetzt bestätigt hat, wird der Titel mal wieder ins nächste Geschäftsjahr verfrachtet, also irgendwann zwischen 2022 und 2023. So schnell wird es also wirklich nichts werden. Das war's wieder mit den Gameswelt Nachrichten für heute. Ich wünsche euch morgen allen einen wunderschönen freien Tag, allen Vätern einen schönen Vatertag und nicht vergessen, wir hören uns dann hier am Freitag wieder, einmal zu den Gameswelt Nachrichten und natürlich auch bei der neuen Folge Insert Coin. Bis dahin, macht's es gut. Ciao! 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 Ciao!